Meine Show, meine Name. Die Seele eines Mörders ist solcher Schönheit nicht würdig. Hallo. Versuchen wir uns mal an einem neuen Highscore. Hallo. Hey. Harte, du zusammenhängen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde eins. Nehmen Sie Beziehung ein. Okay, interessant. Achtung. Da. Du dir auszumachen. Oh, gut, gut, gut. Oh, gut. Oh, gut. What the fuck? Oh, ich hab den zweithöchsten Schaden gemacht mit 166. Die anderen sind nicht wirklich dazugekommen. Dieses Salmon, Alter. Könnte... Jemand sein, den ich schon mal als Gegner hatte. Jünger, es ist auch direkt auf mich gehen. Was ist das für eine Scheiße wieder? Ich bin mega. Mein Kraftzauber liegt auch. Vielen Dank. Ich habe viel Wacht. Ich bin froh. Ich bin unter Feuer. Oh. 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 Jetzt geht's ab. So. Ich bin die Person. Ich bin die Person. Einer. Ich bin die Person. Ich bin die Person. Ich bin die Person. Ich bin die Person. Junge, ist das euer Ernst? Junge, ist das euer Ernst? Wegen so ner Scheiße müsste man dann Abbau eigentlich auch sperren, für immer und ewig. Ja, das kostet mich an, jedes Mal, jedes Mal, wenn wir komplett vom Gegnerteam ausgelöscht werden, ziemlich auseinandergenommen, misshandelt, pur, wow, bis zum, äh, geht nicht mehr, ich kann echt nicht mehr reden, äh, dann ist immer der scheiß Affe dabei. Aber immer, immer ist der scheiß Affe dabei, wenn wir von Gegnern komplett auseinandergenommen werden und wir nichts mehr tun können, absolut gar nichts tun können, immer der scheiß Affe, immer der fucking scheiß Affe und Junkrat, wahrscheinlich. Ey, das ist ein Witz, oder? Und so, ey, das war's für mich. Ab und zu muss man auch mal an sich selbst arbeiten. Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Die sind niemals, der scheiß Affe ist niemals auf Stufe 38. Das ist sicher ein zweiter Account oder so. Die gehen ja schon mal, kommt jetzt auch mal. Das ist doch deren Absicht, der ist so lustig. Ja, jetzt kommt der scheiß Affe, als ob die mich so schnell absauen kann ey. Bist du hinter mir? Ja. Idiot. Doppelkill. Das zahle ich dir heim. Das zahle ich dir. Boah. 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 Boah.